Hallo zusammen, begrüße euch zur nächsten Programmvorschau. Habt ihr was gefunden mal wieder bei Logo? Wisst ihr ja, Logo mache ich dann immer nur dann, wenn es entweder komplett zum Todlachen ist oder zum Todärgern wahlweise. Geht aber da natürlich im Hauptfilm noch um manches mehr. Könnt ihr dann gerne schauen bei VK, bei Bicu, die sich den Trailer bei Wacomus TV aufrufen. Entsprechend den Link kopieren, ab in die Browserzeile und dann vielleicht bis gleich. Macht's gut. Tschüss.